Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir werden erstmal den guten Thorgal ein bisschen streicheln. Darf ich das? Bevor wir hier in den Kampf ziehen. Thorgal, lassen wir uns mal zurückgehen hier. Ich kann ihn nicht streicheln so vor der Tür. Ich kann ihn auch so nicht streicheln. Ich setze mich gerade mal ordentlich hin. Wir sind leider nicht aufgeladen und ich kann mich auch nicht heilen lassen von unserem Hund. Deswegen rennen wir hier jetzt einfach rein und gucken was passiert. Wir haben ein Befehl zum Rückzug. Heilmagie. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündungen in ihrer Nähe zu heilen. Es empfiehlt sich Gegner, die heilsam verwendet, zuerst auszuschalten. Was für eine Gemeinde. Keine Zeit wie Aldi, Angst. Du, 14. Ich gebe euch, du 14, ey. Ich gebe euch, du 14, ey. Oh, nein! Ich habe einen Supertran getrunken. Verdammt. Na super. Du hast es in den Supertran getrunken. Ah ja. Wieso gibt mir mehrere Türen? Komm ich näher? Ich glaube, ich kann so, gell? Okay. Da oben liegt wahrscheinlich noch ein Trank extra. Ach nee, zwei Gil. Okay. Ah, wir sind noch gar nicht oben. Okay. Oh. Oh, was ist das denn? Oh, das sieht ja interessant aus. Sieht ein bisschen aus wie Graf Dracula, seine Festung. Was ist denn das? Cool. Da soll man lang gehen. Kommen wir da irgendwie rüber? Ich bin schon fast oben. Redest du mit Torgal? Kann ich nur sagen, ja. Alter, wo? Oh. Auch wenn so wenig bringt. Okay. 20 Erfahrung ist halt nicht so viel, ne? Hm. Ich möchte zu Graf Dracula. Schluss, bitte. Ich habe ja da oben Symbole über meiner Leiste. Was sind denn deswegen so komische Symbole? Ah. Hier ist das. Ein Heiltrank. Ja. Okay. Einen Supertrank können wir noch einsammeln. Einen normalen Trank. Komm, du! Nein! 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 Jetzt gibt es ein paar mehr Gil. Und ein Wir-Wir-Wir-Wir-Wirrit. Okay. Oh! Hey, der macht Heimaten. Zu dem müssen wir. Du bist es. Schnell in meine Wunten. Bleib liegen! Ach, ich bin die falsche Seite rausgegangen. Hä, doch geil, ich hab mich verlaufen. Hier gibt's doch gar nicht so viele Wege. Warte, wir müssen hier hoch. So, wir mussten hier rein und da hinten raus. Da ist ein Schwert. Können wir das mitnehmen? Ein Reißzahn. Okay, hier gibt's nix. Och nee, nicht so einer. Okay, wo ist er hin? Au! Oh, 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 oh. Da, Goss. Hey, Paul. So, Leiser. Das war's. Oh, nein, ich hab ein Halt dran genommen. Oh, nein, ich hab ein Halt dran genommen. Da, Gott. Los. Du weißt, was zu tun ist. Oh. Oh! alt. Stop. Na. Da, Gott. Zun und. Die. Oh, falsche Knopf. Haha. So, wir kamen von da, wir müssen da hin. Ist das Eis? Ist das vielleicht von den Eisentypen? Die sind nur mal. Aber Eis oder Eisen ist ja was anderes. Aha. Gibt sich was zum Ausruhen? Super Trank. Schön. Okay, drei kleine Tränke brauche ich wieder noch. Dann bin ich eventuell der grüne Turm. Einen Tonk haben wir hier. Auch hier. Schnell, das war's. Ätherische Asche, Mist. Blutige Haut. Oh, na. Welt. Endlich. Ernsthaft? Endlich? Mir gefällt sie gar nicht. Das schreit ja alles hier nach Buskampf. Die Musik macht's nicht einfacher. Eiltrang. Hm. Wer hätte das gedacht? Okay. Oh, im Gottes willen. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominos und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen. Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich, zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger. Niemand hört dir zu. Du bist allein. Komm, mein Lämmchen. Auf die Schlachtbank mit dir. Weh. Ich werde immer so machen. Um Gott, des Willen. Machen wir uns das mal so. Ich möchte nicht ihren Dominik sehen. Nein, 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 nein. Nee, ihre Esper. Sie ist ja ein Dominik. Au. Das war's. Das war's. Untertitelung vom ZDF, 2020 Sehr gut. Los! Fast Torger! Du weißt, was zu tun ist. Schnapp sie hier! Los! Schnell! 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 Gut gemacht, Torger! Schnell! Schnell! Ist ja da mein Schügel nicht wert. Muss ich mal sagen. Ich frage nicht noch mal. Das wirst du bereuen. Ähm. Sie ist ein Harp hier. Oh nein, Durgel! Schrei so laut, du willst. Niemals kann dir mehr helfen. Äh. Na, das ist aber unfair jetzt. Also. Knapp vorbei. Genau das Wichtige. Ich halte mich nicht mehr. Was? Was ist denn hier los? Ich mache ihr mal sogar keinen Schaden. Oh. Recht ihr? Hä? No. Ich halte mich mehr. Ich halte mich nicht mehr. Ah! 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 Knall Papa! Komm wieder ran! Das war der Elf. Ein Lokespirt. Bitte, was? Trümmerkomet. Ich werde dich zerquetschen! Staub zu Staub. Fass mich nicht ab! Na aber bitte! Umvölkung, Umwölkung. Was? Nein! Was? Nein! Ha! Ja, 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 ja. Ja, ja! Ich werde dich zerquetschen. Du bist doch Federvieh. Warum brennst denn du nicht? So langsam. Ich werde dich zerquetschen. Oh, oh. Nein! Nein, ich mach was Böses. Verteilung, Mamu. Was? Oh nein, der Ver... Nein! Oh nein, der Ver... Jetzt kriegst du nichts mehr. Oh, ich bin genau reingerannt, oder? Oh, sie sind mal voll aggro jetzt. Heile! Oh, jetzt hast du aber Glück gehabt, ey. Au! Boah, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Hilf mir jetzt! Knapp vorbei! Das war's! Wir müssen ja abhaben, los geht es um! Ah! Wow! Der Wille des Feuers. Ja, nehmen wir alles. Wie, ich kann einen Träger! Ich, ich... Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Was ist das? Oh, du bist du. Ich sag dir, mein Neus. Ich sag dir, mein Neus ist das. Ich sag dir, mein Neus. Ich sag dir, dein Neus! Der Dominus ist bei mir auf den Transiten. Ich sag dir, mein Neus! Blech, bin ich. Ein Neus. Ihr könntest du, ein Neus. Du bist das, der Du bist. Hier bist du alt. Was ist los? Hatte ihr die Esper ausgetrieben? Das reicht mir. Geh! Was? Sie… sie ist weg! Was… was ist passiert? Gib sie her! 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 Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch! Was ist hier los, verdammt! Geh! 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 Geh!